Willkommen zum Journeys Podcast. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Alexander Faubel und regelmäßig bekommt ihr hier inspirierende Menschen und Storys präsentiert, die euch dabei helfen können, euer eigenes Potenzial zu erkennen. Im Dialog beschäftigen wir uns mit der Frage, welchen Einfluss Psychedelics auf dem Weg zur Selbsterkenntnis und inneren Heilung spielen. Wir teilen Erfahrungen und stellen sowohl traditionelle als auch moderne Mental-Health-Tools vor, die dich auf deinem Weg begleiten können, das Leben zu führen, wonach sich dein Herz sehnt. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, wertvolle Impulse and let the journey begin. Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. Herzlich willkommen zu der heutigen, für mich sehr speziellen Folge und zwar zu der hundertsten Journeys-Podcast-Folge hier auf dem Format, also der Jubiläums-Folge nach fast drei Jahren Podcast-Recording. Und an der Stelle schon mal vielen Dank fürs dranbleiben, weil es heute ein etwas längeres Intro geben wird, da ich einige Dinge habe, die ich gerne announcen möchte, die mir auf dem Herzen liegen. Und das allererste vorneweg, ich möchte mich bedanken für deinen Support. Für fast drei Jahre Support hier von dem Podcast, für jeglichen Kommentar, den ich erhalten habe, jedes Feedback, jede Anregung, jede Nachricht, die mir unglaublich geholfen haben in der Zeit, auf dem eigenen Weg immer weiter zu machen und mich daran zu erinnern, warum ich das Ganze überhaupt gestartet habe. An der Stelle erstmal vielen Dank für deine Unterstützung. Der Grund, warum ich das Ganze gestartet habe, ist, wie du vielleicht weißt. Der Auslöser für diesen Podcast und alles, was ich danach entwickeln durfte, war meine erste Ayahuasca-Erfahrung für dreieinhalb Jahren in Peru. Diese spirituelle Erwachen, das ich dort hatte, diese Kundalini-Erfahrung, diese unglaubliche Herzöffnung und die Verbundenheit mit, was ich dem Göttlichen nenne oder der universellen Liebe, die existiert, mir ein Gefühl und eine Erkenntnis gegeben hat, die Antworten zu bekommen auf alles, was ich mir damals nicht beantworten konnte und ich mir zu dem damaligen Zeitpunkt selbst ein Versprechen gegeben habe, dass da hieß, ich finde eine Möglichkeit, wie ich anderen Menschen diesen Zugang bereitstellen kann. Und jetzt fast forward einige Jahre, es mittlerweile in den Niederlanden Essentia-Retreats gibt, wo Menschen zu uns kommen können und legal mit philosophienhaltigen Trüffeln so eine Einstiegserfahrung machen können, die danach professionell begleitet und integriert wird und für andere Menschen, die sich berufen fühlen, tiefer mit dieser Arbeit sich auseinanderzusetzen, es mittlerweile ebenfalls Halbjahres- oder Ganzjahresformate gibt, die diese Menschen begleiten durch psychedelische Therapie, aber auch andere Werkzeuge wie Breathwork, Yoga, Mindfulness, Coaching und dergleichen, um sie tiefer und tiefer in ihren eigentlichen wahren Wesenskern zu führen. Und jetzt, nach dreieinhalb Jahren, seit Beginn dieser Reise von mir, war ich in diesem Sommer wieder zurück, wo alles angefangen hat, zurück im Dschungel, im Temple of the Way of Light und werde heute in der Folge über die sechs Ayahuasca-Zeremonien sprechen, die ich dort mit vier Shipibo-Schamanen geführt erfahren durfte, meine Learnings daraus, die Challenges und die mit Abstand schwierigste, herausforderndste und dunkelste Zeit, die ich mit Medizinarbeit bislang verbringen durfte. Und eine Erkenntnis, die daraus kam, die ich hier gerne vorweg teilen möchte, ist, dass ich dieses Versprechen, das ich mir selber gegeben habe, nun eingelöst hatte und ich nun jetzt mit mehr Ressourcen, mehr Zeit und mehr Kapazität ein Verlangen spüre, wieder mehr in die direkte Arbeit einzusteigen. Und an der Stelle ganz speziell in die direkte Arbeit mit Männern. Mit jungen Männern, die wie ich vor fünf Jahren an einem Punkt im Leben stehen, wo sie nicht mehr weiter wissen, wo sie das Gefühl haben, ist egal wie viel ich gebe, wie viel ich leiste, wie viel ich mache, ich kriege niemals das Gefühl, dass ich gut genug bin oder dass es gut genug ist und sich dadurch vielleicht extrem ausgelaugt, müde und erschöpft fühlen, sofern sie diese Gefühle noch fühlen können. Und wenn sie gar nichts mehr fühlen, dann einfach an einem Punkt im Leben stehen, wo sie nicht mehr weiter wissen und Hilfe brauchen. Und für diese Männer ab nächstem Jahr gewisse Formate anbieten möchte, wo es um Männerarbeit geht. Das heißt, Arbeit von Männern, mit Männern, für Männer, um den inneren verletzten kindlichen Anteil, den verletzten jungen Anteil, zu heilen, um diesen Männern den Weg aufzuzeigen, durch diese unterdrückten Gefühle und ihren Schmerz zurück in ihr Herz und damit in ihre eigene persönliche Freiheit, in ihre Stärke. Damit sie zu besseren Vätern, besseren Brüdern, besseren Partnern und besseren Söhnen werden können, um letztendlich wieder voll in ihrer Kraft und in ihrem eigenen Leben zu stehen. Das ist mir ein extremes Anliegen und es ist als Outcome von diesem weiteren Trip in den Dschungel herausgekommen und ich freue mich jetzt, dass es für mich wie so ein abgeschlossenes Kapitel nach dreieinhalb Jahren ein weiteres Kapitel, ein nächstes für mich öffnen wird, das sich ganz speziell mit dieser direkten Arbeit auseinandersetzen wird. Ich führe aus dem Grund ab jetzt eine Warteliste und für jeden, der sich hier angesprochen fühlt und das von Interesse ist, melde dich gerne bei mir und wir können dann über alles weiteres sprechen. Ich freue mich über weitere spannende Begegnungen für jeden, der hier zuhört und mal Interesse hat, eine Einstiegserfahrung zu machen. Wir haben in diesem Jahr im Dezember noch Plätze für unser viertägiges Retreat in den Niederlanden zur Verfügung, für die Langzeitbegleitung ebenfalls noch vier, fünf Plätze für dieses Jahr und falls du hier nur dabei bist, um zu lernen und zuzuhören, dann auch an der Stelle viel Spaß bei der heutigen Folge. Es sind hoffentlich einige Learnings dabei und falls du dich dann irgendwann mal berufen fühlst, ebenfalls so eine Arbeit zu machen, wünsche ich dir, dass du nicht alle Fehler machen musst, die ich selbst machen durfte und von meinen lernen kannst. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Einschalten, be yourself. Heute ist eine spezielle Folge für mich und zwar geht es um meine zweite Ayahuasca-Erfahrung, die ich vor jetzt circa drei Wochen wieder in Peru machen durfte im Temple of the Way of Light, bei dem ich schon zuvor, vor dreieinhalb Jahren, meine allererste Ayahuasca-Erfahrung machen durfte, die letztendlich diesen gesamten Prozess, auf dem ich mich seitdem befinde, gestartet hat. Und ich möchte heute in der Folge gerne versuchen rüberzubringen, was diese Retreat-Erfahrung nun für mich bedeutet hat. Das heißt, durchzuführen, wie die einzelnen Zeremonien abliefen, wie ich mich darauf vorbereitet habe, wie der grundsätzliche Ablauf vom Retreat war, aber sehr viel fokussierter und das Augenmerk stark darauf richten, wie die einzelnen Sessions für mich waren, die Erkenntnisse für mich waren und dann den Bogen spannen zu, wo hat alles angefangen, wo stehe ich jetzt und wo geht die Reise weiterhin. Und in diesem ganzen Konstrukt, was ist mein Angebot für dich hier als Zuhörer, was ich daraus lernen durfte und jetzt gerne weitergeben möchte. Und ich würde gerne anfangen, um nochmal zu skizzieren, wo das vor dreieinhalb Jahren begonnen hat. Ich habe mich damals, gerade nach einem Jahr Weltreise, von meinem hochbezahlten, sicheren, umfangreichen Nest, in dem ich mich zurechtgefunden hatte, getrennt, meinen Job auch aufgegeben und habe gemerkt, ich muss irgendwas ändern in meinem Leben. Irgendwas fehlt mir, ich kann es nicht genau beschreiben, irgendwas in mir drin sagt, da fehlt irgendwas. Was ist es? Ich weiß es nicht, aber ich kriege diese Antworten nicht, indem ich hier bleibe, in meiner Komfortzone und mir ständig gesagt wird, du hast doch alles einfach glücklich. Ich habe es einfach nicht gespürt und ich war verzweifelt. Ich wusste nicht, was es war und habe beschlossen, okay, ich springe jetzt einfach in das Unbekannte und begebe mich auf eine Reise zu mir selbst, ohne zu wissen, wo die mich hinführen wird. Und am Ende von diesem Jahr hat es mich dann in den Amazonas gebracht, zu meinem ersten Ayahuasca-Retreat. Und ich hatte dieses Calling schon länger in mir, dass ich irgendwann mal mit dieser Pflanze arbeiten möchte, hatte davor schon viele psychedelische Erfahrungen, aber diese Substanz eben noch nicht. Hatte gehörige Portionen Respekt und auch viel Vorfreude dabei, war sehr naiv damals beim Herangehen, das hat mir wahrscheinlich geholfen. Und bei der Begegnung mit der Medizin hatte ich fünf Zeremonien, die alle mehr oder weniger sich geähnelt haben und eine Richtung hatten und zwar nach oben. Das war sehr klar, dass ich in gewisser Maßen Treppen aufgestiegen bin. Ich habe sehr viel Reinigung erfahren, ich durfte Selbstliebe spüren, Dinge loslassen, vergeben, Scham annehmen, Schuld annehmen, ganz viel verstanden, was ich davor Verstandeswissen nannte, was dann wirklich so zum ersten Mal mein gesamtes System übergegangen ist. Ich habe das gespürt, zum ersten Mal so richtig gefühlt, was es denn heißt, dieses Wissen zu verinnerlichen, im Körper zu spüren, annehmen zu können. Und die letzte Zeremonie damals, die dann eigentlich dafür ausgerichtet ist, alles abzurunden und eher eine ruhige Zeremonie sein sollte, war dann die Zeremonie, die bei mir am meisten bewegt hat. Und das war, jetzt rückblickend kann ich das sagen, der Moment, in dem ich mein spirituelles Erwachen hatte. Ich hatte eine Kundalini-Erfahrung, zum damaligen Zeitpunkt wusste ich nicht, was das ist. Und habe im Prinzip durch die Medizin einen Zustand erfahren dürfen, den ich jetzt mit den Worten beschreiben kann, die ich damals nicht mal in den Mund genommen hatte, weil sie für mich nur ein Konstrukt waren. Aber jetzt weiß, was damit in Verbindung steht. Und zwar habe ich zum ersten Mal das Göttliche erfahren dürfen. Hätte ich das selber vor fünf Jahren gehört, hätte ich gedacht, von was redet der Typ. Jetzt kann ich das sehr gut nachempfinden, weil ich diese Erfahrung hatte. Und was ich die ganze Zeit gesucht hatte auf dem Weg bis dahin, wirklich, in Beziehungen, in Jobs, im Erfolg, in Reisen, im Geld, in Macht, in was auch immer, in Ablenkung, egal was ich getan habe, habe ich versucht, dieses Gefühl zu erhalten, im Außen. Das heißt, durch die Dinge, die ich im Außen getan habe, mehr getan habe, zu versuchen, dieses Gefühl in mir zu kultivieren. Ich habe das nicht hinbekommen, logischerweise. Je mehr ich im Außen getan habe, desto mehr habe ich mich entfernt von diesem Gefühl in mir, um mit dem im Einklang zu kommen. Und diese Erfahrung war es dann, die mich komplett in meine Mitte gebracht hat und durch alle Energiezentren in mir, von unten bis oben, mich komplett in dieses Gefühl geschmissen hat von bedingungsloser Liebe und Annahme und Einsein mit dem Kosmos, mit dem Universum, mit dem Göttlichen, mit dem Leben. Es gibt verschiedene Worte, die man dafür nutzen kann. Und diese Erfahrung war so unglaublich profund und lebensverändernd, dass ich bis heute noch davon zehre. Und bis heute versuche ich, das zu beschreiben und es fällt mir immer noch schwer. Aber für jemanden, der sowas noch nicht erfahren hat, dass das am nächsten herankommt, ist so wie, stell dir vor, du greifst an eine 10.000 Volt Stromleitung und dich schüttelst die ganze Zeit durch, weil es so eine hohe Intensität ist an Strom, an Energie, die durch dich fließt. Und das gepaart mit dem größten und stärksten Gefühl an Liebe, Ekstase, Glück, Seligkeit, allem, was du damit assoziierst. Und das für 30 Minuten. Es war ein ganz körperorgasmisches Gefühl, das mich von oben bis unten durchströmt hat. Ich eins war mit allem. Ich war eins mit dem Dschungel, eins mit allen Menschen in dem Raum, mit allen Menschen auf dem Planeten, mit allen, die schon da waren, mit allen, die kommen werden. Es war eins. Und Ayahuasca, sagt man auch, ist die Divine of the Soul. Das heißt, sie hat die Kraft, Menschen zu ihrer Seele, zu ihrem Ursprung, zu sich selbst zu führen. Und genau das ist in dieser Zeremonie passiert. Das größte Geschenk, was ich mir hätte vorstellen können zu erhalten, habe ich dort bekommen. Und nachdem ich da rauskam, war ich so in Awe und konnte nichts sagen, außer Oh mein Gott, bin erstmal allmöglichen Leuten um den Hals gefallen, weil ich so viel Liebe in mir gespürt habe. Ich bin fast geplatzt. Ich habe gemerkt, ich muss es abgeben. Ich kann es nicht. Es ist zu viel. Und habe dann danach einen ganzen Monat lang diesen Zustand gehabt. Der Zustand, der dann abgeflacht ist von Intensität, aber der Zustand, den ich jetzt beschreiben würde als perfekte Zufriedenheit. Diesen Erleuchtungszustand, den man auch Samadhi nennt, der dann dazu geführt hat, dass ich keine Trigger mehr hatte, die mich gestört haben. Jeder Tag war perfekt, so wie er war. Es gab nicht mehr diese Reibung, die sonst entsteht. Es gab keine Wertung vom Verstand. Es gab keine negativen Gedanken. Es gab keine Grübeleien über die Vergangenheit oder die Zukunft. Ich war immer nur die ganze Zeit verbunden mit dem jetzigen Moment, im Hier und Jetzt und konnte das zu 100 Prozent annehmen. Dieser Monat war der beste Monat in meinem Leben. Diese Erfahrung zu haben und zu wissen, dass wir als Menschen dazu möglichst befähigt sind und möglich sind, sowas zu spüren, zu fahren, ohne diesen ständigen, durch das Ego getriebene Leid und diesen Schmerz ständig nicht hier zu sein, sondern irgendwo und damit nicht zufrieden mit uns und mit dem Leben, das wir bereits haben. Deswegen auch nicht in Verbindung mit den anderen Menschen, die wir vielleicht lieben, stehen können, falsche Beziehungen führen, den falschen Dingen nachlaufen, immer nach irgendwas anderem suchen, um dieses Gefühl zu bekommen, dass wir gut genug sind und das wir alles haben, bereits in uns, was wir suchen. Nach diesem Monat ist dieses Kartenhaus bei mir komplett zusammengefallen. Und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was da passiert ist. Jetzt kann ich rückblickend darüber reden, aber ich habe lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, was da passiert ist. Und ich war schlichtweg nicht bereit dafür, so einen Zustand in mir halten zu können. Einen Monat lang hat es funktioniert. Und dann ist wirklich so mein psychisches Kartenhaus zusammengebrochen. Danach haben zwei Jahre intensivste Arbeit gefolgt, die sehr anstrengend waren für mich. Wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend, wo ich anfangs auch keine Hilfe angenommen habe, weil ich geglaubt habe, ich kriege das alleine hin, was rückblickend ein großer Fehler war, aber auch da dazugehört hat. Und irgendwann dann durch Hilfe, Unterstützung dieses Kartenhaus langsam wieder aufgebaut habe. Und in diesem Prozess, durch diese Erfahrung und in dem Prozess danach, sich so ziemlich alles in meinem Leben komplett verändert hat. Und in dieser Geburtsstunde von dieser Erfahrung, als es passiert ist, hatte ich auch eine weitere Intention. Ich hatte gefragt nach Gott, dass ich gezeigt bekomme, was oder was das ist. Das habe ich bekommen. Und gleichzeitig habe ich danach gefragt, how can I be of service? Wie kann ich der Welt oder anderen dienen mit dem, was ich habe, mit den Geschenken, die ich in die Welt tragen kann? Und auch dazu gab es eine Antwort. Und die Antwort war damals, dich selbst, diese Erfahrung, die du jetzt gekriegt hast, das in die Welt zu tragen. Menschen klarzumachen, dass es eine Möglichkeit gibt, so tief mit sich in die Verbindung zu kommen und dieses Glück, das sie im Außen suchen, in sich selbst zu finden. Und das hat dann angefangen, mich auf den Weg zu bringen, auf dem ich jetzt die letzten dreieinhalb Jahre war, bin. Und zwar habe ich angefangen, kurze Zeit danach, nach einer Coaching-Ausbildung, sehr viel Selbststudium etc., Menschen zu coachen und danach in Einzelreisen zu begleiten. Das Ganze hat sich weiterentwickelt und irgendwann kamen Retreats dazu, dass wir mehrere Leute erreichen, das Ganze in einem therapeutischen Rahmen auch aufgesetzt, dass es auch die Nachbegleitung entsprechend passiert und dass das alles sauber und legal passieren kann in den Niederlanden. Da machen wir Retreats. Und das ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und in der letzten Zeit habe ich gemerkt, irgendwas passt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Es fühlt sich nicht mehr so an, wie es sich anfangs angefühlt hat. Und ich habe mich gefragt, warum. Und das war auch der Grund, warum ich mich wieder gemeldet habe, angemeldet habe für einen zweiten Besuch beim Temple of the Way of Light. Warum ich wieder zurück wollte nach Peru, um wieder dorthin zu gehen, wo es ursprünglich alles angefangen hat. Ich habe gespürt, irgendwas in mir drin schreit danach. Ich möchte mich wieder dorthin begeben und erfahren, was gerade fehlt. Weil eigentlich fehlt doch nichts. Was ist es denn? Und jetzt möchte ich gerne die Brücke schlagen und zu der jetzigen Erfahrung kommen, zu dem jetzigen Retreat-Besuch. Ich bin jetzt drei Wochen ungefähr raus, bin hier gerade in Kalifornien mit einem Kumpel und bin noch in der Integrationsphase. Ich nehme mir gerade viel Zeit für mich und Ausgleich und Ruhe, das alles sacken zu lassen. Es ist viel passiert jetzt im Nachgang. Aber ich bin vor vier Wochen ungefähr in Iquitos angekommen. Das heißt, für Leute, die hier zuhören oder zuschauen und sich überlegen, auch mal nach Peru zu gehen, so eine Erfahrung zu machen. Iquitos ist die Station, in der man in der Regel landet. Das ist so ein bisschen der Dreh- und Mangelpunkt, wo dann alle Schiffe etc. in den Dschungel gehen. Ist auch die einzige Stadt, glaube ich, der Welt, die nicht per Auto erreichbar ist, nur mit dem Schiff oder Flugzeug. Bin dort extra eine Woche davor angekommen, dachte, das ist eine geniale Idee. Habe ich mir ausreichend Zeit genommen, schönes Airbnb, Blick auf den Amazonas, kann da meine Übungen machen, in mich gehen, meditieren und so weiter. Und hier schon die erste, erste Tipp. Mach das nicht. Ich würde es nicht nochmal machen. Iquitos ist nicht der Ort, an dem du dich lange aufhalten möchtest. Es ist sehr unruhig, sehr laut, sehr hektisch. Aber das wäre nicht so weiter schlimm gewesen. Ich hatte ja meinen kleinen Rückzugsort. Hatte dann aber am zweiten Tag mir den Virus eingefangen und mich hat so dermaßen ausgenockt, dass ich nicht wusste, was mit mir passiert. Mir war schweineübel, ich musste mich übergeben. Hatte Durchfall, Fieberkrämpfe, Schüttelanfälle, das volle Programm. Konnte kaum das Zimmer verlassen, habe nichts mehr hinbekommen. Es war so heftig, dass ich nach dem vierten Tag ins Krankenhaus gegangen bin, weil ich mich prüfen lassen wollte auf Malaria oder Dengue-Fieber, was das gesamte Retreat gekickt hätte. Und habe dann zum Glück gesagt bekommen, nein, nur Influenza, aber trotzdem mit der Krankheit mal wieder so richtig ins Gefühl zu kommen, wie es sich anfühlt, wenn du richtig, richtig krank bist. Und ich war schon so lange nicht mehr so krank, um zu wissen, Gesundheit sollte immer ganz oben auf der Wertetiste stehen. In diesem Wochenprozess, der sehr anstrengend war, sind natürlich dann aus dem Grund schon ganz viele Dinge hochgekommen und hochgespült wurden, die ich dann mitnehmen durfte, dann in das Retreat. Ganz viel Trauer, Verzweiflung, Ohnmacht, Schwäche, Hilflosigkeit, die ganzen Dinge, die dann eben mit hochkommen. Ich habe mich so auf das Retreat gefreut, jetzt bin ich so ausgenockt, kann ich überhaupt dran teilnehmen, jetzt bin ich extra hierher gekommen, diese ganzen Dinge. Das heißt, es hat schon deutlich davor angefangen mit mir. Und am Tag vor Abholung war der erste Tag, wo ich einigermaßen wieder stehen und laufen konnte und habe mich dann wirklich gefreut, dass es dann auch losging. Und wir am nächsten Tag abgeholt wurden. Bus kam an, ich habe die ganzen Leute kennengelernt, es waren so 25 Teilnehmer, wieder kreuz und quer aus der Welt, verteilt, eingeflogen, zusammengekommen, mit dem Bus gefahren, Dreiviertelstunde, in ein Boot gestiegen, mit dem Boot nochmal eine Dreiviertelstunde weiter. Wir hatten zu der Zeit aktuell Wet Season, das heißt, Amazonas hat einen sehr hohen Stand gehabt. Und wir sind dann nochmal nach einer Dreiviertelstunde Boot ausgestiegen und dann die letzte Etappe war dann zu Fuß, nochmal eine halbe Stunde bis 40 Minuten zu Fuß durch den Dschungel marschiert, schweißgebadet, dann irgendwann klatschnass und mit zig Moskito-Stichen im Tempel angekommen, Tempel of the Way of Light. Und für mich war es die zweite Reise dahin, deswegen war es für mich wie eine nach Hause kommen. Sobald ich da durch dieses Tor gelaufen bin, war es für mich ein, endlich bin ich hier, fühlt sich gut an. Und wurden willkommen geheißen, der ganze Prozess wurde erklärt, etc. Und wir hatten dann zwölf Tage in diesem Retreat-Center. Sechs Zeremonien, vier Shipibo-Schamanen, zwei Männer, zwei Frauen, ein paar Facilitator und wie gesagt, 25 Leute, die durch diesen Prozess durchgegangen sind. Man schläft in kleinen Holzhütten. In der Covid-Zeit hat der Tempel ein ordentliches Renovierungsprogramm gestartet. Als ich noch da war, damals gab es keine Toilette in der eigenen Tambo. Jetzt gibt es eine eigene Toilette, eine eigene Hängematte. War ideal. Alles da, was das Herz bekehrt und hat einen kleinen Rückzugsort für sich. Und ansonsten passiert die Arbeit in der großen Mallocca. Es ist ein traditionelles, auch aus Holz gebautes Haus, in dem die Medizinarbeit passiert. Und sonst gibt es viel Zeit für Integration. Man ist während des gesamten Retreats auf einer strengen Diät. Das heißt, es gibt nur Ayahuasca-approved, Shipibo-approved Diet. Kein Öl, kein Salz, kein Pfeffer. Hühnchen und Fisch gibt es, aber alles nicht gesalzen. Viel Gemüse und nichts Süßes. Keine anderen Stimulanzen, kein Kaffee, kein gar nichts. Das heißt, das ganze System, der ganze Körper wird dadurch stark gereinigt. Was auch neu ist und eingeführt wurde, ist statt dem Vomitivo, was wir das letzte Mal hatten, was sehr unangenehm war, indem man so eine Art Lemongrass-Tee trinkt und dann ganz viel Wasser trinken muss, bis man von alleine sich übergeben muss, um den Körper zu reinigen, was sehr, sehr unangenehm war. Das letzte Mal habe ich mich gefreut, dass es dieses Mal nicht darum ging, sondern sie haben jetzt eingeführt, dass wir Steam Baths hatten. Das heißt, die ersten drei Morgen nach Ankunft ging es dann immer zu so einem Sammelpunkt und es wurde auf offenem Feuer ein Kochtopf aufgestellt mit gewissen Heilpflanzen runtergenommen, voreingestellt mit einem Stock und dann wurde so eine Plastikhaube drüber gelegt und man durfte dann selber mit dem Stock rühren und eben drüber sitzen für eine Viertelstunde und der ganze Dreck ist dann im Prinzip aus dem Körper raus geschwitzt worden. Man hat sich extrem erleichtert danach gefühlt und das ist dreimal hintereinander passiert, was dazu dienen soll, den ganzen Körper nochmal auch wirklich auf tiefster Ebene, auch körperlich zu reinigen, damit die Medizin eben tiefer in einen hineingehen kann und tiefer wirken kann. Das ist alles passiert und dann am zweiten Tag nach der ganzen Einführung und Erklärung ging es auch schon in die erste Zeremonie und die erste Zeremonie war bewusst darauf ausgelegt, eine niedrig dosierte Zeremonie zu sein, das heißt eher so eine Handshake-Erfahrung, das heißt zu gucken, wie die Teilnehmer darauf reagieren. 80 Prozent, würde ich sagen, haben noch nie mit Ayahuasca gearbeitet, ein paar neben mir schon und das war dann eher so ein Kennenlerngespräch. Das heißt, ich habe auch nicht viel erwartet, also keine intensiven Prozesse etc. und so war es auch. Meine Intention war an der Stelle, help me to receive, einfach mich zu öffnen und anzunehmen, was passiert. Wie auch beim letzten Mal habe ich einen sehr starken Purging-Prozess gehabt, körperlich, das heißt, ich habe mich übergeben, auch schon bei dem Mal. Ayahuasca hat dieses Mal nicht so beschissen geschmeckt wie das letzte Mal, ich hatte schlimmer in der Erinnerung. Es war eine sehr milde Reise, eine sehr ruhige Reise, sehr angenehm und habe mich dann mehrfach übergeben und das war was dann im Prinzip auch. Hat dann am nächsten Tag ein Sharing, wo besprochen wurde, wie das lief und einen Tag Pause und dann ging es an dem Tag danach in die zweite Zeremonie. Die zweite Zeremonie war für mich dann darauf ausgelegt zu sagen, okay, jetzt gehen wir tiefer rein, warum bist du hier? Du bist hier, um so tief wie möglich in deine Themen reinzugucken, die du jetzt die letzten Jahre im Prinzip aufgearbeitet oder angeschaut hast. Lass dir mal mit dem Köpfer reinspringen. Und ich habe im Prinzip danach gefragt, die Medizin gebeten, help me with my depression. Die, die ich vor zig Jahren hatte und mehrfach in den Phasen auch durchlebt habe, diese starke Trauer und dieses, was da noch eben drinsteckt, ich wollte, dass sie mich, dass sie mir dabei hilft. Die Zeremonie hat angefangen, man bekommt Icarus, das heißt, das sind diese Gesänge, die die Schamanen dann für einen singen, das sind Heillieder in ihrer eigenen Shipibo-Sprache, die dann für einen gesungen werden. Ich habe den ersten bekommen, den zweiten bekommen. Danach durften wir nochmal fragen, ob wir weitere Medizin haben wollen. Ich habe mich gemeldet, habe noch nichts gespürt, bin vor, habe zum zweiten Mal Ayahuasca getrunken, zurück auf meinen Platz. Und so war es das letzte Mal. Ab dann ging immer die Party los. In dem Fall ist nichts passiert. Und durch dieses nichts passieren, ich sage in Anführungszeichen natürlich, was passiert, ich habe mich übergeben, es waren wieder Körperreinigungsthemen da, aber nicht so wie mein Verstand oder wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe mir irgendwie vorgestellt, es gibt einen emotionalen Purge, ich muss weinen oder die Trauer kommt oder was auch immer. Und ich habe jetzt so viel Medizinarbeit hinter mir und auch, deswegen ist es kein Garant dafür, dass man nicht selber in diese Falle tappt. Ich war sehr stark verkopft in der Zeremonie und ganz krass im Widerstand. Das war so in der Kontrolle. Ich will es kontrollieren. Ich will sagen, wo es hingeht. Ich habe eine Erwartung, die ich nicht haben sollte. Und in diesem Struggle habe ich mich die ganze Zeit befunden. Es war sehr unangenehm. Es war keine angenehme Erfahrung. Ich habe die dann irgendwie so gegen Ende hin abgehakt und gesagt, okay, so ist es halt jetzt. Beim letzten Mal gab es auch so eine. Haken ab. Kein Problem. Warum gibt es die nächste? Es gab auch in dem Fall keinen Tag Pause. Es ging am nächsten Tag direkt abends weiter. Das heißt dritte Zeremonie. Und in dem Fall habe ich dann gefragt nach Self-Compassion. Dass ich mich noch mehr lieben oder besser annehmen kann, mit mehr Mitgefühl mit mir im Umgang sein kann, weil die Zeremonie davor so anstrengend war. Und was ist passiert? Dritte Zeremonie. Das Gleiche ist passiert. Ich habe wieder zweimal getrunken, saß wieder da und war so krass im Widerstand, dass alles anstrengend war. Es war sehr, sehr, sehr anstrengend. Und ein möglicher Purge, der bei der Medizin auch passieren kann, ist, dass wir ganz stark konfrontiert werden mit unserem Ego, mit unserem Verstand, mit dem Dialog, der die ganze Zeit im Hinteren, hier hinten die ganze Zeit abgeht. Und der hat sich ganz stark offenbart und mir gezeigt. Und der Kritiker, der extrem da war und gesagt hat, du kannst es nicht, du bist schlecht, du kriegst nichts hin und so weiter. Diese ganzen Stimmen, die die ganze Zeit um uns herum kursieren, die nicht wahr sind, die sich mir so präsentiert haben und so in dieses unangenehme Gefühl von Widerstand einfach geführt haben. Die Zeremonie war sehr anstrengend. Ich habe mich wieder mehrfach übergeben. Das gehört bei mir zum normalen Programm. Und am nächsten Tag beim Sharing und auch in der Nacht und den ganzen Tag bis zu dem Sharing, war ich in so einem sehr stark melancholischen State. Es war sehr traurig einfach. Ich war sehr traurig darüber, dass es bisher so gelaufen ist, dass ich nicht das erfahren habe, warum ich hierher gekommen bin. Ich hatte auch irgendwie noch die Grippe so halb in mir im Körper. Und war einfach in so einem State, der gesagt hat, boah, fuck, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Es ist alles anstrengend. Es ist doch scheiße. Und beim Sharing ist dann so ein kleiner Durchbruch passiert, in dem ich dann darüber erzählt habe und dann diese Trauerwelle kam, die ich eigentlich erwartet hatte in den Zeremonien davor und dann so das Weinen passieren konnte, nicht loslassen konnte und diesen Schmerz zulassen. Das war ein sehr berührender Moment. Der hat was mit mir gemacht. Und was ich gesagt hatte als Lektion aus der Reise, und das ist hier auch eine Message, mit, du kannst es nicht wollen. Du kannst dein Herz nicht öffnen wollen. Das ist nichts, was du mit deinem Verstand tun kannst. Du kannst eine Absicht setzen und dann loslassen und dann passiert das von alleine. Aber du kannst es nicht wollen. Und je stärker du es möchtest und mit deinem Verstand versuchst, desto mehr bist du im Widerstand. Liebe gilt es nicht herzustellen. Liebe ist die ganze Zeit da. Es geht nur darum zu verstehen, was wir als Widerstand davor, was für Mauern wir drumherum aufgebaut haben, um sie nicht annehmen zu können. Aber die Liebe ist die ganze Zeit da. Und das war dieses ganz starke Gefühl, das ich dabei hatte. So, du kannst es nicht wollen. Versuch es nicht. Lass los. Es ist schon da. Und mit dem Gefühl bin ich dann in die vierte Zeremonie und habe, nachdem es so anstrengend war bis hierher, gebeten nach Leichtigkeit. Ich habe mir gewünscht, eine Erfahrung zu haben, die einfach angenehm ist, leicht ist, nicht anstrengend sein muss. Obwohl ich auch aus Deutschland gekommen bin und gesagt habe, okay, jetzt gehen wir da in den Schmerz rein und tief und wir gehen da in die Heilung und das gucken wir uns alles an. In dem Moment habe ich gespürt, boah, ich wünsche mir einfach Leichtigkeit. Eine einfache Erfahrung. Zufriedenheit. Leichtigkeit. Die Erfahrung hat angefangen. Die Schamanen haben gesungen, haben ihre Runde gemacht. Ich habe zum zweiten Mal getrunken, saß wieder an meinem Platz und ich dachte mir, das gibt es doch nicht. Täglich grüßt das scheiß Murmeltier. Der Alex sitzt schon wieder in seinem Widerstand. Ich saß da und mein Dialog im Kopf hat wieder angefangen, wie die Zeremonien davor und die gleichen Storys. Und du versuchst es, versuchst es, es klappt nicht, bis ich irgendwann gemerkt habe, bei dem ganzen innerlichen Fluchen und Widerstand sein, dass ich die ganze Zeit dabei gegrinst habe. Und zwar von hier bis hier, von einem Ort zum anderen. Die ganze Zeit so heftig gegrinst. Ich habe es gar nicht gemerkt, weil ich so in meinem Kopf war. Als ich das dann erfahren habe und mich dabei selbst ertappt habe, musste ich so lachen. Und das Lachen war herzlich und hat so gut getan, dass dann dieses gesamte Ding einfach beiseite geschoben wurde und diese Anstrengung weg war. Und ich hatte die gewünschte Leichtigkeit, die war einfach da. Das Gefühl, das ich danach eingestellt hatte, war mehr so ein ganz, ganz ruhiges Zufriedenheitsgefühl. Es war kein ekstatisches Hoch oder tiefes Tief. Es war einfach ein sehr mildes, peaceful, alles ist okay, so wie es ist, muss nichts passieren, alles ist top. Genau wie ich es mir gewünscht habe, ist auch eingetreten. Und eines der Learnings, was ich damit rausgenommen habe, war, dass dieses Zufriedenheitsgefühl, und in dem Wort steckt ja auch das Wort Frieden drin, ist ein sehr ruhiges Gefühl. Und das können wir nicht vergleichen mit Peak Experiences, die wir zum Beispiel auf Medizinreisen haben, so himmelhoch jauchzend, voll ins Glück oder in die Freude, in die Ekstase, sondern es ist ein sehr ruhiges, fast schon ein friedliches Gefühl, das so unterschwellig einfach da ist, sehr zufrieden, alles ist okay, muss nicht mehr, perfekt so. Und dass das ein sehr viel alltagstauglicheres Gefühl ist, als diese Peak States, die wir auch in den Medizinreisen haben. Und unser Verstand natürlich versucht, ständig Vergleiche zu ziehen. Und meiner ganz besonders, nachdem ich ja vor dreieinhalb Jahren diese Gotteserfahrung hatte und diesen Peak State von unglaublichem Glück und Erfüllungszustand, dieser Vergleich natürlich ständig kommt. Und der Verstand versucht, dieses Urteil damit reinzubringen. Und das wieder dazu führt, dass Widerstand da ist und keine Akzeptanz von dem, was jetzt gerade ist. Und den Zugang zu uns, den bekommen wir immer nur in dem jetzigen Moment und nicht in morgen oder gestern, die gibt es nämlich gar nicht, es gibt immer nur den jetzigen Moment. Durch volle Präsenz und Achtsamkeit im jetzigen Moment, das anzunehmen, was jetzt gerade da ist, ohne dagegen zu gehen, ohne den Widerstand, volle Akzeptanz. Und ich hatte dann dankenswerterweise diese angenehme Erfahrung, die mich dann direkt am nächsten Tag in die fünfte Zeremonie gebracht hat. Und die fünfte Zeremonie war dann die, auf die ich gewartet habe. Ich habe bis zur Medizineinnahme gestruggelt und mich nicht entscheiden können. Ich hatte zwei Intentionen, mit denen ich gespielt habe. Die eine ging in die Richtung, show me my fear. So, was ist meine größte Angst? Wovor habe ich Angst? Warum komme ich da nicht rein? Was ist dieses tiefe Ding, was ich nicht greifen kann, wo mein Verstand sagt, da wollen wir nicht hin? Was ist dieses Monster, diese Dunkelheit, dieser Schmerz? Was ist das? Das war die eine. Und auf der anderen Seite hatte ich die Intention, show me my power. Zeig mir meine Stärke. Ich habe die ganze Zeit rumüberlegt, bis zur Medizineinnahme mich nicht entscheiden können. Die ganze Zeit hin und her, hin und her. Und irgendwann, kurz davor, habe ich die Entscheidung getroffen und gesagt, wir gehen über die Stärke. Zeig mir die Stärke. Und durch diese innere Entscheidung zu sagen, es ist die Stärke, habe ich auch diesen State in mir gespürt. Und der war sehr stabil, der war sehr zentriert, sehr ruhig. Und schon sehr vorbereitend für, I'm ready. So, was auch immer da jetzt kommt, ich fühle mich stark und bereit. Let's see. Und jetzt weiß ich nicht mehr genau, wann es passiert war. Es war definitiv nach dem ersten, so um den zweiten Icaro, den wir bekommen haben. So ungefähr um die Halbzeit von dem Retreat, so nach zwei Stunden. Ich habe wieder zweimal getrunken, bin auf meinen Platz gegangen und dann kam eine Erinnerung, ich glaube zu meiner Mutter oder zu irgendeinem Familienumstand, wo mir sind Tränen gekommen. Zuerst ein paar, dann immer mehr und dann ist es wie so ein Schneeball-Effekt weitergegangen und dann hat es mich einmal komplett in diesen Keller geführt. In diesem tiefsten Abgrund von meinem persönlichen eigenen Schmerz. Und in diesem Zustand war ich dann für die nächsten sieben Stunden. Ich wollte da nicht raus, ich kam auch nicht raus und ich habe Rotz und Wasser geheult und habe währenddessen ich diesen ganzen Schmerz fühlen konnte und wirklich Augen waren zugeschwollen. Ich habe keine Luft mehr bekommen, ich habe die ganze Tempo-Klopapierrollen da durchgemacht, wusste nicht mehr, wo vorne und hinten war. Ich war komplett in dieser Ayahuasca-World, DMT, DMT-Welt, wie ich es immer nenne. Das heißt, die Medizin hat mich umhüllt, es war alles bunt und es hat sich angefühlt, als ob die Medizin mich umarmt in Liebe und mir dann dadurch die Möglichkeit gibt, so wirklich tief da reinzugehen. Und ich bin zum ersten Mal in diesem Ausmaß und ich habe die letzten dreieinhalb Jahre darauf hingearbeitet, in diesem Ausmaß vollkommen in die Verbindung mit diesem verletzten kindlichen Anteil gegangen und habe diesen gesamten Schmerz, den der schon sein Leben lang in sich trägt, aber bisher nie verarbeiten oder akzeptieren oder halten konnte, gespürt. Sieben Stunden lang, es hat nicht aufgehört. Und für mein gesamtes Familiensystem und für die Ahnenlinie, dieses gesamte Schmerzkonstrukt, das da drin steckt. Und durch Psilocybin oder Ayahuasca, andere Medizinarbeiten, ist es bekannt, dass wir oftmals auch einfach Downloads bekommen. Das heißt, es kommen Insights, die dann reinkommen neben dem Gefühl, die uns Dinge erklären. Und in dem Zustand kamen so viele rein und meine gesamte Lebensgeschichte hat sich erklärt für mich. Es war für mich klar, warum ich früher viel Alkohol getrunken habe, um mich zu betäuben. Es war für mich klar, warum ich versucht habe, in Beziehungen Glück zu finden anstatt bei mir. Es war für mich klar, warum ich Leistung gegeben habe und versucht habe, dadurch die Liebe zu erfahren, die ich mir gewünscht habe. Es war für mich klar, dass ich im Job auch durch Performance versucht habe, den Selbstwert in mir auszugleichen, der nicht vorhanden war. Die ganzen Dinge waren auf einen Schlag klar, die alle zurückzuführen waren auf diesen Urschmerz, der da drin begraben war und der nicht geheilt wurde, der nicht angeschaut wurde und der nicht integriert werden konnte bislang. Und in diesem Zustand zu sein, mit mir selbst in der Verbindung, da einfach so tief in mir drin zu sein, war es so ein Geschenk, so ein wunderbares Gefühl der Verbindung. Wieder mich selbst da drin so tief zu spüren, mein größter Herzenswunsch. Der Grund war, warum ich wieder auf das Retreat gegangen bin und die ganzen Jahre jetzt zuvor daran gearbeitet habe, um diese Erfahrung bekommen zu dürfen. War die einfach? Mhm. War sie genau die, die ich bekommen habe, weil ich sie bekommen musste? Mhm. Und ich bin dann danach, Zermonie war vorbei, die Leute sind gegangen, die Schamanen haben den Raum verlassen. Ich lag dann noch zwei Stunden bei mir oder mit mir selbst und habe das genossen, einfach in diesem Schmerz, in dieser Trauer zu sein, weil ich zum einen natürlich schmerzhaft war, aber auf der anderen Seite, ich mich so sehr gespürt habe da drin und diese Verbindung mit mir dadurch passiert ist, dass ich gesagt habe, oh ja, mehr davon. Ich gehe hier nicht raus. Und es ging weiter und es ging weiter und es ging weiter und irgendwann hat zu dem Zeitpunkt unglaublich krass geregnet, im Dschungel, ja, monsoonartig, richtig krasser Regenschauer. Bin raus, bin zu meiner Tambour gelaufen und statt schlafen zu gehen, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, okay, du willst, du willst nochmal raus. Und ich bin einfach nur raus und habe mich in den Regen gestellt, barfuß, nach oben geschaut und diese komplette Verbindung mit mir und dadurch auch mit dem Leben, mit der Welt, mit dem Dschungel, mit allem gespürt, ganz tief atmen können und so eine krasse Dankbarkeit gespürt, wieder zurück zu sein, voll am Leben zu sein und dass diese gesamte harte Arbeit hierher geführt hat zu diesem Moment und ich in diesem Moment sagen konnte, alles ist gut, genauso wie es ist. Und ich habe nach meiner Kraft gefragt, nach meiner Stärke gefragt und die Antwort, die gekommen ist durch die Reise war, deine größte Stärke bist du durch deine eigene Lebensgeschichte und dein Herz und deine Liebe, die du immer schon gegeben hast, durch die du dich aufgeopfert hast, durch die du dich zum Teil verloren hast auf deinem Weg, um jetzt die ganze Reise zu machen, um wieder zurückzukommen zu dir, um jetzt anderen dieses Geschenk geben zu können. Deine Liebe und deine Erfahrungen, die du bisher auf deinem Weg gemacht hast, um anderen zu helfen, die wie du vor x Jahren lost sind und nicht wissen, wo sie hingehen sollen und eigentlich wissen, dass es nicht im Außen geschehen kann, sondern die Reise hier reingeht zu sich selbst und diesen Menschen helfen zu können. Unglaublich schöner Moment, bin dann schlafen gegangen und die Wellen an Trauer sind noch weitergekommen. Es ging durch die ganze Nacht, kaum geschlafen, viel gejournalt, viel aufgeschrieben, in dem Prozess Vergebung für mich finden können, das heißt, diese ganze krasse Härte, die ich auch an den Tag legen musste, ja, aus Überlebensinstinkt und die Mechanismen, die eben für mich dann zum Tragen gekommen sind, und zu sagen, leiste mehr, mach mehr, tu mehr und ständiges mehr tun, diese Rastlosigkeit und diese Erschöpfung mitgebracht hat, die ich schon so lange in meinem Leben gespürt habe und nie in diese Ruhe, in diesen Frieden kommen konnte, den ich mir eigentlich gewünscht habe. Und damit Frieden schließen können, in die Annahme davon geben können, mir die Vergebung schenken, in meiner Vergangenheit würde ich so Frieden schließen mit diesem Anteil, mit diesem gesamten Kapitel zu sagen, wow, so viel Schmerz, so viel passiert, aber das ist auch der Grund, warum du jetzt hier bist und jetzt dein Leben leben kannst, dass du dir erträumt hast, vor fünf Jahren zu leben. Accepted. Und das war unglaublich, unglaublich schön, ganz viel Dankbarkeit und, ja, Dankbarkeit war es in dem Moment. Ja, war sehr bewegendes Sharing für mich am nächsten Tag, sehr viel Zuspruch bekommen von den anderen Teilnehmern, das war ein sehr bewegender Moment, das zu teilen mit der Gruppe und wirklich zu spüren, so wow, deswegen bist du hergekommen, du hast es jetzt bekommen, das Geschenk bekommen und erhalten und es hat sich so gut angefühlt. Aber wir hatten ja noch eine weitere Zeremonie, die letzte, die sechste, die nennt sich Arkana und die ist dafür gedacht, um letztendlich alle Energien, mit denen dort gearbeitet wurde, ein bisschen zurückzubringen zu Menschen, zu erleinen und dann die Leute mit dieser gesamten Energiearbeit, der Heilarbeit nach Hause zu schicken, im Prinzip zu protecten. Ja, das heißt, die Icaros, die gesungen werden, die Arbeit, die die Schamanen machen, ist eine leicht andere als die Zeremonien davor. Die ersten, die ihn mehr so zum Öffnen, die in der Mitte mehr so zum Cleansing, zum Cleaning, zum Healing und dann die letzte ist so zum Abrunden im Prinzip gedacht. Deswegen habe ich an der Stelle eigentlich auch nur darum gebeten, das ganze Paket eigentlich jetzt zu versiegeln und dann auf die Heimreise gehen zu dürfen. Das heißt, es war ähnlich wie die erste Zeremonie, nicht spektakulär, nicht weltbewegend, es war eine sehr angenehme, ruhige, dankbare Erfahrung. Eine schöne Begegnung mit einer der Schamaninnen gehabt, die nochmal Leichtigkeit und Liebe in mir hervorgebracht haben, wo ich einen sehr schönen Moment hatte, irgendwie beide lachen durften und ich nochmal gemerkt habe, wie unglaublich krass diese Arbeit von diesen Menschen ist. Wirklich diese Schamanen, die alles geben, was sie haben, jeden Tag und da voll reingehen. Unglaublich. Ganz viel Dankbarkeit gespült für diese Power, die diese Menschen damit reingeben. Und dann realisiert, nach diesen sechs Zeremonien, ja wow, was war das denn jetzt hier? Und ich hatte eingangs gesagt, ich möchte gerne den Vergleich ziehen zu der ersten Ayahuasca-Erfahrung, die ich hatte, die ersten fünf Zeremonien zu diesem Retreat. Und es war komplett anders, ja, es war gänzlich anders. Wenn ich sage, die ersten, die ersten Erfahrungen, die gingen nur nach oben, ab zum Göttlichen, ins Licht, dann ging diese Reise in die Dunkelheit, in die Tiefe, in den Schmerz. Beides ist Teil vom Leben, beides gehört dazu und beides gilt es anzunehmen. So, und jetzt nicht wundern, warum es hier einen neuen Sound gibt, aber ich habe entschieden, ein anderes Ende für diese Podcast-Folge zu finden, weil ich jetzt drei Monate statt nur drei Wochen rückblicken kann auf die letzte Zeremonie und alles, was seitdem passiert ist. Und das wollte ich euch an der Stelle nicht vorenthalten. Nachdem ich aus der letzten Zeremonie raus bin, hatte ich drei Wochen Zeit, intensivste Integrationsarbeit zu machen, als ich dort mit meinem Kumpel in Kalifornien war. Und um da eine lange Geschichte recht kurz zu machen, war ich so dankbar, dass ich zu diesem Zeitpunkt auf über drei Jahre diese Arbeit zurückgreifen konnte, an Erfahrung, Schatz und Wissen, weil ich sonst keine Ahnung gehabt hätte, wie ich diese Erfahrung verarbeiten hätte sollen. Ich habe mir direkt danach diverseste Calls gebucht. Ich hatte Calls mit meiner Therapeutin, mit diversen Facilitatorn vom Tempel, aber ich hatte vor allem das Instrumentarium mir angelernt über die letzten Jahre, um zu wissen, was ich jetzt mit diesen Zuständen in mir zu tun habe. Und letztendlich könnt ihr euch das so vorstellen, dass alles, was in dieser fünften Zeremonie auf einen Schlag, in dieser kurzen, intensiven sieben bis zehn Stunden Dauer hochgesprudelt ist, über die nächsten drei Wochen danach täglich präsent waren. Nicht in der Intensität, aber ständig die ganze Zeit da. Das heißt, alle diese Gefühle, die dort kondensiert nach oben kamen, Gefühle der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins, der Traurigkeit, des Alleinseins, der Hoffnungslosigkeit, der Verwirrung, all diese Gefühle, diese super unangenehmen, schweren Gefühle, haben sich mir dort täglich präsentiert. Und ich zum Glück jetzt wusste, was ich damit zu tun habe. Und zwar gar nichts, außer sie zu fühlen. Und nicht wegzulaufen, mich nicht abzulenken und aus dem Grund auch die Diäta nach dem Retreat noch explizit eingehalten werden soll, wo es darum geht, die Diät, also die Essensdiäta, weiter einzuhalten, aber auch elektronischen Konsum und dergleichen runterzufahren beziehungsweise nicht direkt wieder ins Alte zu springen, um diese Prozesse weiter wirken zu lassen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Fokus und Bewusstheit auf diesen Prozess gelegt, weil ich noch wusste, wie es das letzte Mal für mich war. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch zurückgeblickt und dachte mir, oh mein Gott, wie habe ich das vor dreieinhalb Jahren überhaupt überstanden? Und das hat erklärt, warum ich zu der damaligen Zeit so überwältigt war mit dieser gesamten Gefühlsverwirrung, weil ich keinerlei Ahnung hatte, geschweige denn Werkzeuge und Fähigkeiten, um diese Gefühle zu prozessieren und zu fühlen. Und das war dieses Mal anders, sehr anders. Hat es das Ganze deswegen einfach gemacht? Auf gar keinen Fall. Es war so schwer, wie ich noch nie in der Integrationsphase mit mir selber zu kämpfen hatte. Und aus dem Grund war es aber so wichtig und wertvoll für mich, weil es nach zwei Wochen ungefähr angefangen hat, die gewünschten Einsichten zu geben, die ich mir von Anfang an vom Betrieb erhofft hatte. Und die kamen von innen heraus, die haben sich mir einfach präsentiert. Indem ich diesen Gefühl nicht aus dem Weg gegangen bin und ihnen standgehalten habe und sie zugelassen habe, durften sie einen Raum in mir finden, Platz bekommen in mir und haben dann ihren wahren Gehalt dahinter mir offenbart und gezeigt. Und in meinem Fall dieses Gefühl von Müdigkeit und Erschöpfung und Depression, dieses Gefühl, das ich so gut kenne, das mich mein Leben lang schon mehr oder weniger begleitet hat, sich dort gezeigt hat und mir ganz klar die Botschaft gegeben hat, was das Problem ist. Und das Problem war, dass ich zu viele Bälle in der Luft hatte zu dem Zeitpunkt. Viel zu viele Dinge da waren, um die ich gekümmern werden musste. Und der Ausblick daraus für mich war, klare Entscheidungen zu treffen, zu sagen, Nein. Nein zu diversen Dingen, die zu überfordern für mich waren, für die ich keine Kapazität und Ressourcen hatte. Und demnach bin ich zurückgekommen und habe diverseste Entscheidungen getroffen, die schwierig waren, das heißt Gespräche geführt, die unangenehm waren, die wichtig waren für mich und die dann zu mehr Zeit, mehr Ressourcen, mehr Kapazität in meinem Inneren geführt haben und zu einer Erleichterung geführt haben. Die, die ich mir gewünscht habe so sehr. Und mit dieser neu gewonnenen Freiheit und mit diesen neu gewonnenen Ressourcen ich dann anders agieren konnte und diesen Wunsch nach neuer Ausrichtung sich automatisch für mich ergeben hat. Und zwar habe ich, nachdem ich zurückgekommen bin, die Erfahrung mit vielen meiner Freunde geteilt und vor allem in den Austausch gegangen mit anderen Männern und mit der Idee, dass ich jetzt vermehrt wieder mit Männern arbeiten möchte, super, super starken Anklang gefunden habe. Praktisch jeder Mann, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, sign me up, I need this. I feel you. Ich kämpfe schon mein Leben lang, ich bin müde und depressiv und ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Ich bin am Ende. Und ich kann es nicht wirklich zugeben, weil jeder von mir erwartet, dass ich weitermache. Aber dir kann ich sagen. Und ich weiß, dass da draußen so viele Männer rumlaufen, denen es genau so geht. Ich kann es in ihren Gesichtern ablesen, wie müde sie sind. Und aus dem Grund, jetzt für mich, sinnbildlich gesprochen, die Reise auch hier wieder zurückgehen wird. Und zwar ich wieder dorthin gehe, wo ich vor dreieinhalb Jahren begonnen habe. Und zwar in die Direktarbeit auch mit einzelnen Männern. Sei es in Einzelcoachings oder auch in Gruppenarbeit, dass Männer untereinander zusammenfinden und dann in Männerarbeit diese Prozesse gemeinsam durchgehen können. Gesehen werden von anderen Männern und diesen Schmerz validiert bekommen, den nur andere Männer fühlen können und verstehen können, die in dem gleichen Boot sitzen. Und wie wichtig es ist, dass wir diese Arbeit machen. Und ich für mich beschlossen habe, dass jetzt ein großer Fokus von meiner Aufmerksamkeit darauf liegen wird, einzelne Männer und Gruppen an Männern ab nächstem Jahr durch diese Prozesse zu begleiten. Und darauf freue ich mich extrem. Aus meiner Sicht fehlen nämlich heutzutage komplette Initiationsrituale. Wir haben die in der heutigen westlichen Gesellschaft nicht mehr. Und keinem jungen Mann wird es beigebracht, was es heißt, ein Mann zu werden. Wie das geht. Was bedeutet es, männlich zu sein, stark zu sein, Selbstverantwortung zu übernehmen, das eigene Leben ausgerichtet nach der eigenen Wahrheit leben zu können. Weil wir als Männer zum größten Teil nicht gezeigt bekommen haben und durch unsere Lebensgeschichte gedrängt wurden, diese Gefühle, die wir uns tragen, nicht mehr zu fühlen, abzuschotten. Und wir das nur lange genug gemacht haben und dieser Druck irgendwann so groß wird, dass wir es nicht mehr aushalten. Und ich sehe es überall, wo ich hinschaue. Deswegen diese Arbeit und mein Herzenswunsch jetzt, wirklich diesen Männern da draußen, die das Fühlen verlernt haben und die sich vielleicht zum einen einfach nur mal wünschen zu weinen. Wie oft ich das höre. Ich wünschte, ich könnte weinen. Ich kann nicht weinen. Oder egal welches andere Gefühl zu fühlen und ich kann das so nachvollziehen, weil es mir selber so ging vor nicht allzu langer Zeit. Und was für ein Release es ist, wenn man als Mann endlich mal loslassen kann und sich trauen darf, sich wahrhaftig zu zeigen, so wie man wirklich ist. Ohne Masken, ohne Scham, ohne Schuld. Einfach nur, wie der Mann ist. Und da wird es jetzt hingehen. Und wenn du dich gerade angesprochen fühlst dabei oder du einen Partner oder einen Mann hast, wo du glaubst, es trifft auf den zu, dann melde dich sehr gern und ich gehe dann in den Austausch mit dir und wir können schauen, ob und wie hier eine Zusammenarbeit ausschauen kann. Alles in allem zum Ende hier noch zu sagen, dass Ayahuasca, hier wieder aufgezeigt, eine sehr, sehr, sehr intensive Medizin ist und wahrscheinlich nicht für jeden gemacht. Deswegen an der Stelle sehr behutsam bitte damit umzugehen ist, aus meiner Sicht, ob man bereit ist für so eine Reise. Es gibt andere Werkzeuge, die da hinführen können, die würde ich sagen, einsteigerfreundlicher sind. Aber wenn man sich auf so eine Reise begibt, dann auch wirklich, wirklich sich bewusst zu sein, dass die Prozesse danach und in dem Fall Monate, vielleicht sogar jahrelang danach weiter betreut werden müssen. Und wenn das richtige Umfeld nicht da ist und man sich selber darauf nicht verlassen kann, dann wäre meine Empfehlung, vielleicht da an der Stelle noch ein bisschen zu warten und einen anderen Einstieg zu finden. Ich hoffe, dass dir die Folge heute Insights gebracht hat und einen Mehrwert geliefert, auch wenn sie heute ein bisschen anders lief als sonst. und mir wichtig war, diesen gesamten Kreislauf aufzuzeigen, was in dreieinhalb Jahren Arbeit passieren kann. Und ich dich an der Stelle mit dem letzten Wunsch zurücklassen möchte und zwar, dass du nicht aufhörst, daran zu glauben, dass es einen Weg gibt zurück ins Herz und zu dir in die vollkommene Annahme, von dem, wer du tatsächlich bist und es Möglichkeiten gibt, das in Erfahrung zu bringen. Du musst nur danach fragen und dann wird dir geholfen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.